Ey Leute, ne? Ich wollte gerade eine Runde The Haunted spielen. So, jetzt mal als komisches Pre-Intro für ein anderes Video. Guck mal, der Schwern ist nicht gespawnt. Das heißt, ich kann mir vor die Stadt angucken. The Haunted funktioniert einfach nicht. Hammergeil. Richtig cool. Ja, und mit diesem komischen Verständnis in den Tore. Hallo zur Blockpartie. Das hat zwar nichts mit GOMHD zu tun, aber es ist ein cooler Spielmodus. So, ja, wir spielen hier auf dem HL von Sima wieder ein Spiel mit anderen Töppen. Diese anderen Töppen tanzen auch, aber wir tanzen besser. Und das müssen wir beweisen, für die, die die Spielmodus nicht kennen. Ja, und ich läge ein bisschen, obwohl ich gute Quali habe. Vorjahrster. Hier, gelb. Gibt's ja nicht so viel. Aber massenweise. So, ja. Ich wollte mal mit euch über was reden, und zwar... Ich habe ja schon seit längerem 100 Abonnenten, und ich habe immer noch keinen Plan, was ich machen soll. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich machen soll, für 100... Sagt mir. Sagt mir immer, was ihr... ...sehen wollt, für 100 Abonnenten, weil ich habe da keinen Plan, und ich weiß noch nicht, ob ich, ja, da überhaupt mal was Großes machen soll. Das soll auf jeden Fall nichts sein, was für echtes Geld kostet, keine Verlosung oder so, wie viele machen, weil es finde ich... ...die ist schon ein bisschen früh, finde ich noch, so ein bisschen früh. Explodierende Kühe, ne, mei. Ja, so wie ihr Vorstellungen habt, immer raus damit. Oh, Risiko. Na gut, wir sind jetzt in Runde 10. Die anderen Töppen sind auch dabei. Scheiß drauf. Nein! Ich habe mir sogar so ein Ding gesprengt, weißt du? Egal. Wir sind es in der nächsten Runde. Bye-bye. So, jetzt sind wir an der zweiten Runde. Hier war ich lang nicht mehr. Oh, ja, geil. Supergeil, oder? So. Ist das schwarz? Es gibt ja wirklich so eine Leute, die fallen da einfach runter. Seht ihr? Ja. Äh, verstehe ich nicht ganz, aber muss sein mal im Leben. Geh weg. Ich will nicht bei dem sein. So. Wow, diese Schwierigkeiten. Trotzdem sterben Menschen. Verstehe ich manchmal nicht ganz, aber gut. Ja. Na gut. Ja, ich bin schon gut dabei. Ich habe fast 6000 Punkte. Und ich habe immer noch nichts davon. Um den nächsten Rang zu rechnen, glaube ich, 10.000. Also, ich bin sehr dabei, dieses Spiel zu spielen. Ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist zwar nicht so das Spannendste für Let's Playen, aber es ist toll. Es ist super dohl. Ja, gut. Ich wurde nicht mal dritter, weil ich es wieder verkackt habe zu springen. So, wir sehen uns dann gleich nochmal in der neuen Runde. Und ja, bis gleich. So, wir sind in der dritten Runde jetzt. In der letzten. Ja, gut. Also, ich bin nicht gestorben. Ja, gerade eben hatte ich eine richtig bescheuerte Runde, wo einfach nichts funktioniert hat. Da haben alle anderen sich nicht bewegen können. Ich habe mich nicht bewegen können. Niemand ist gestorben. War mal ganz gut. Okay, kann man machen. Diese blöde Kuh, ne? Wie man später, wenn das hier kürzer ist und die der Kuh dann explodiert, dann explodierte die schon mal runter. Ja, ist so. Die will bei mir sein. Ich merke schon. Äh, ja. So. Natürlich die schwerste Farbe im ganzen Spiel. Ja. So, weiter geht's. Hm. Welcher Typ hat denn das programmiert? Ist ja viel zu einfach. Hopp. Ach. Bam. Das war ein Gronkh-Faker. Ja, ja. Ja, ja. Deswegen ist er rausgeflogen. Wow. Das ist die Schwierigkeit. Hopp. Er stand da schon drauf. Ist mir egal. Und jetzt sind sie tot. So, ich will wenigstens ein Placing erreichen oder eventuell einen Sieg machen. Ich bin voll der YOLO-Player. So, ich habe ein Placing auf jeden Fall schon mal jetzt. Da wir nur noch drei sind. Das ist die Koff. Er explodiert. Jetzt sind wir zu zwei. Good luck. Äh, luck true. Ich habe es gesehen. So. GG. Well played. Ja, wir haben diese Runde mal wieder verloren, wie es sich gehört. Und, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Twitter, Twitter, bei Minecraft zu. Geht so weiter. Und wie gesagt, wenn ihr wisst, was ich für hunderte machen soll, dann sagt das an. Ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter. Wenn ihr mich antreffen wollt, findet ihr mich am besten hier. Oder auf Kome. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye. Mua.